Ich war auf dem Fanfighting-Event und mit diesen Ergebnissen hat keiner gerechnet. Bevor es losging, kleiner Outfit-Check auf den roten Teppich. Leute, die Stimmung vor Ort war extrem krass. Dass die Kämpfe so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind, hätte ich nie im Leben gedacht. Und ich muss ehrlich zugeben, ich hab schon Bock, mich zu boxen. Wollt ihr mich im Ring sehen? Dann schreibt es in den Kommentaren. Und gegen wen soll ich kämpfen? Auf wem habt ihr Bock?